Musik Guten Abend liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei time2do.ch Jetzt steht da noch unter mir ein Name, das bin ich aber gar nicht, das schalten wir aber gleich weg, denn wir haben ein bisschen mit meinem Intercom heute Probleme gehabt, aber das soll uns nicht in der Sendung stören. Sie erinnern sich, er war zweimal bei mir mit einem Thema und zwar das Wasser ionisieren. Immer wieder gibt es viele Anfragen, was ist besser, was ist weniger gut. Wir haben einfach uns gesagt, es gibt immer am besten, Ihnen Ergebnisse zu zeigen. Und das hat der Jan heute gemacht. Ich freue mich, dass er wieder bei mir ist. Herzlich willkommen Jan Telepski und der Rudi und der Josef. Rudi, Josef, Josef, Rudi. Jan, eine Zeit ist vergangen, wo du das letzte Mal bei mir warst. Ich habe von den Mails, die ich immer wieder kriege, gewusst in der Zeit, dass du einige Wasserionisierer installiert hast. Oh ja, eine Menge davon, ja. Ja, weil es haben mich einige Leute angerufen und haben mir in einem Text, entweder per Mail oder im Gespräch gesagt, dass sie ganz begeistert sind und wollten sich nochmal herzlich bedanken für die informative Sendung und soll es explizit zu dir sagen für den tollen Service, den du bietest. Das ist auch das, worauf ich unheimlich Wert lege und das wird so bleiben. Das ist unser Motto, dass der Kunde ein Rundumpaket bekommt, sich keine Gedanken machen muss, wie installiere ich das, ist das Gerät für mich gut geeignet oder nicht. Ich komme zu den Leuten oder irgendjemand von uns und wir gucken uns das an und dann beraten wir uns die Leute und dann kann der Kunde sehen, passt das besser zu mir oder das andere Gerät, wie baue ich das ein, weil die meisten Menschen haben nicht die Erfahrung, die wir haben, wie man ein Gerät unterbringen kann, wie kann man das einbauen und das ist unsere Stärke. Ja, die Dame sagte sogar, du wärst dreimal da gewesen, bis dann alles soweit war und dann musste sie noch einen anderen Wasserhahn haben, weil der erste nicht gepasst hat oder was. Also sie war richtig begeistert, was für eine Mühe du dir gemacht hast und ist auch jetzt sehr, sehr zufrieden mit dem Gerät. Das war eine Ausnahme, dass ich vielleicht das zweite Mal komme. Sie hatten eine sehr komplizierte Spüle irgendwie, weil da war schon irgendwas dran, also es muss ein bisschen spezial gewesen sein. Aber für Spezialfälle bist du ja der richtige Mann. Aber normalerweise gibt es gar keine Probleme, oder? Nein, keine Probleme. Also können wir die beiden ja gerade mal fragen, Ionisierungsgeräte habt ihr beide, wie lange hast du es, Rudi? Das habe ich jetzt ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr und du? Gut drei Wochen. Gut drei Wochen, da kommen wir nachher nochmal zum Spezialfall, das fand ich ja besonders toll. Jan, Thema Wasserionisierung, wir haben ja auch uns getroffen auf der Lebenskraft in Zürich, war auch viel Resonanz. Meinst du, dass die Menschen jetzt anfangen zu verstehen, warum das so wichtig ist, das Wasser zu bearbeiten? Ich hoffe es. Also das würde ich allen empfehlen, sich in diese Richtung zu informieren, vor allem. Wir bieten auch einige Möglichkeiten. Wir haben auf unserer Webseite und aber auch in eurem Shop gibt es auch diese Möglichkeit. Also ich würde jedem empfehlen, sich über Wasser zu informieren, weil das, was in der Leitung vorhanden ist, oder genauer gesagt, was rauskommt, ist nicht das, was normalerweise versprochen wird. Und da ist jede Menge Schmutz drin. Viele Stoffe mittlerweile, wo selbst die Klärwerke Probleme damit haben. Richtig. Und vor allem seit einigen wenigen Monaten berichten mir die Kunden, dass die Wasserqualität drastisch nachgelassen hat. Also das habe ich von vielen Quellen schon gesehen, bekommen, die Information. Und selbst habe ich mich vor kurzem überzeugen müssen, ich werde den Ort nicht nennen, aber da haben wir einen Wasserionisier vor einiger Zeit installiert. Und das, was aus der Leitung nach einiger Zeit, aus der Leitung, nicht aus unserem Gerät, rauskam, das war Wasser. Wenn man dieses Wasser auf der Kochplatte erwärmt hat, dann schäumte das weiß und klebrig. Also das ist definitiv nicht in Ordnung. Und das ist eine Stadt, die man kennt in der Schweiz. Ich möchte da hier die Namen mit Absicht nicht nennen. Nein, 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 das ist, glaube ich, der Panik gibt oder so. Richtig. Weil sie sollen sich Wasserwerke in Verbindung setzen. Ja, aber für mich wäre die Frage, warum wissen die Wasserwerke nicht, was die da rauslassen. Das wäre die Frage. Also auf jeden Fall möchte ich den Zuschauern sagen, das, was wir in der Leitung haben, ist alles andere als das, was man verspricht. Und reines Wasser ist es nicht. Und man soll was machen, was man damit machen kann, da auch in deiner Sendung gab es schon viele Beispiele. Aber dann würde ich den Zuschauern noch vielleicht eins ans Herz legen. Liebe Zuschauer, wenn Sie genau wissen von diesen Eigenschaften von Wasser und Sie irgendwo einen Vortrag haben, wo komplizierte Sachen von Leuten erzählt werden, die vielleicht akademische Titel haben, dann, wenn Sie tatsächlich Bescheid wissen, dann steigen Sie in diese Diskussion ein. Wenn Sie davon nicht so viel wissen, dann wäre das eine Verwirrung und Zeitverschwendung. Aber es gab einer, der eine Lösung gegeben hat. Vor 2000 Jahren sagte er, guck mal auf die Ergebnisse. Und die haben wir, ja. Wir haben hier auch zwei Ergebnisse, über die wir gleich sprechen werden. Und davon haben wir aber viel, viel, viel mehr. Und ob die Konkurrenz das auch nachweisen kann, bezweifle ich den Zuschauern. Ich denke, du hast ja da selbst viel, vielleicht noch für die Zuschauer, die die erste Sendung nicht gesehen haben. Der Jan ist natürlich von Beruf Elektronikingenieur, der auch lange im Qualitätsmanagement gearbeitet, also einen hohen Anspruch. Und er hat irgendwann eines dieser Standard-Ionisierer, die man heute auch für billig Geld auf Ebay kaufen kann, die dann aus Korea oder aus Japan kommen, diese Geräte genommen, hat es ausprobiert, es entsprach nicht seinen Vorstellungen. Dann hat er gemeinsam mit einem Hersteller das Gerät in einen technischen Zustand, in einen Ergebniszustand gebracht, wo er mit zufrieden war. Und der Hersteller, das fand ich toll, ist darauf eingestiegen, hat das Gerät so modifiziert. Und so hat man auch eine entsprechende Qualität. Und wie gesagt, die ist beim Jan ganz oben als erstes auf der Liste, dass die Geräte eine entsprechende hohe Qualität haben. Und dass das, was da rauskommt, auch wirklich das ist, was er verspricht. Aber jetzt will ich nochmal zum Rudi kommen. Rudi, warum bist du auf dem Wasser-Ionisierer gekommen? Was hat dich da begeistert? Und alle trinken Hanewasser oder Flaschenwasser. Warum war das für dich nicht gut genug? Also ich habe in einer Fastenkur mit Wasser zu tun gehabt. Das ist dein Hauptbestandteil bei der Fastenkur. Und ich war dann auch informiert worden von einer Mitfastenden, dass eben so etwas möglich ist, ionisiertes Wasser zu machen. Und ich habe dann auch bereits in der Fastenkur mit Jan Kontakt aufgenommen. Und wir haben das dann sehr rasch installiert. Und nach zehn Tagen habe ich dann bereits gemerkt, dass ich da einen Effekt bekomme. Und zwar habe ich das im Kopf bemerkt. Also ich habe bemerkt, dass mein Kopf war viel lockerer und klarer. Und dann habe ich das auch gespürt in den Gelenken. Also meine Gelenken, die hatten noch ein bisschen wehgetan. Ich habe vorher schon angefangen mit einer Art Kur. Aber dann mit diesem Wasser hat es dann wirklich genutzt. Und ich spüre da nichts mehr. Und dann habe ich das auch auf der Lunge gespürt. Ich gehe jeweils beim Laufen so eine kleine Anhörung hoch. Und ich habe mich dann gewundert, dass ich da viel weniger atmen muss als vorher. Also ich habe das auch auf der Lunge gespürt. Das heißt, dieses neue, in Anführungszeichen, Wasser, hat komplex dein Körpergefühl verändert? Das kann ich schon sagen. Ja, auch bei der Verdauung war es anders. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche weniger zu essen. Ich habe weniger Hunger. Wenn ich ein Glas Wasser nehme vorher, dann brauche ich gar nicht mehr so viel zu essen. Und du bist ja noch rank und schlank. Du wirst also schon zur Minderheit. Ja, ich habe, also das hat jetzt nicht direkt mit dem Wasser zu tun. Ich war nach der Fastenkur 81 Kilo. Und ein Jahr zuvor war ich 14 Kilo schwerer. Wow. Und ich habe dann mein Gewicht halten können. Und das bleibt jetzt ziemlich stabil. Um 80, 81 Kilo. Und du hast eben etwas ganz Wichtiges gesagt, gerade beim Abnehmen. Und jetzt kommt ja der Sommer in großen Schritten auf uns zu. Viele wollen ihre Bikini-Figur wieder, sage ich immer. Und was tun sie? Machen irgendwelche Heavy-Metal-Geschichten. Denken aber nicht daran, dass gerade beim Abnehmen das Ausleiten ganz, ganz wichtig ist. Und das wiederum geht nur mit leerem Wasser. Wenn ich natürlich ein Wasser aus dem Hahn trinke, der belastet ist mit hunderten von Stoffen, dann ist das Wasser nicht mehr leer und kann natürlich kaum mehr was transportieren im Körper. Und da haben wir natürlich mit dem ionisierten Wasser einen riesen Vorteil. Wir kommen gleich nochmal zurück zu dir, denn du hast natürlich nicht nur an dir selber gearbeitet und eigene Erfahrung. Du hast noch was gemacht, was du mir hier mitgebracht hast. Ja. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ich gehe jetzt mal zum Josef rüber. Josef, ionisiertes Wasser, wo war für dich das Thema zu sagen, damit beschäftige ich mich jetzt? Ich hatte im April eine Darmoperation, war gezwungen, meine Ernährung zu überdenken, habe mir dann ein gutes Buch gekauft und dort kam jede Seite immer wichtig ist, ionisiertes Wasser zu trinken. Ich habe das dann wirklich befolgt, habe mir dieses Gerät angeschafft und hatte unglaublichen Erfolg. Meine Vitalität ist zurückgekommen, mein Körpergewicht ist innerhalb von drei Wochen um acht Kilo gesunken. Wow. Mit einer neuen Ernährung, aber ich trinke mindestens zwei bis drei Liter ionisiertes Wasser pro Tag. Ich war immer ein riesen Wassertrinker, habe ich schon immer so gemacht. Mein Ziel war immer, ungefähr in einem Monat, 30 Tage, mein Körpergewicht zu trinken. Also 70 Kilo, 70 Liter Wasser. Das mache ich weiterhin so. Aber jetzt spüre ich mit diesem neuen Wasser, mit diesem Vitalwasser, wie ich es nennen darf, dass mir unheimlich neue Kräfte, klarer Sinn, zurückgekommen ist. Faszinierend. Vor allen Dingen in drei Wochen acht Kilo verloren. Aber du sagtest ja, das ist nicht nur das Wasser, du hast auch deine Ernährung umgestellt. Was hast du denn jetzt mit der Ernährung anders gemacht? Ja, ich esse drei Dinge nicht mehr. Das ist Fleisch, das ist sämtlicher Zucker und eigentlich die Milchprodukte. Wow, ist natürlich eine riesen Ernährungsumstellung. Ich sage das auch immer, das mit dem Fleisch, das mache ich auch. Aber ich habe es noch nicht geschafft, auf den tollen Schweizer Käse zu verzichten. Das ist doch mein großes Mankro. Ich will aber auch ganz weg von den Milchprodukten, weil man weiß ja, dass Milch eigentlich fürs Kalten da ist und für nichts anderes, wenn man es genau überlegt. Ich sage immer, Leute, ich rede nicht von Kriegen und schlechten Zeiten. Da würde ich alles essen, was essbar ist. Und wenn es so vier Beine oder fünf rumläuft, wäre mir auch egal. Wenn man Hunger hat, sind die Verhältnisse ganz anders. Aber heute wissen wir das, dass die Milch eigentlich nicht gut ist für uns. Und selbst Milch wird gewarnt. Es gibt sogar auf der offiziellen Website des Deutschen Gesundheitsministeriums eine Warnung, wo draufsteht, dass man Milch nicht mehr einfach so trinken soll, dass es viele Thematiken gibt in der Milch, die halt nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und wenn die Kühe halt Antibiotika kriegen, wo ist denn das drin? In der Milch natürlich, wo sonst. Und was war das Dritte? Kein Fleisch, keine Milchprodukte? Kein Zucker. Ah. Sämtlicher Zucker. Und wichtig ist, dass man sich für Fleisch und für Zucker keinen Ersatz sucht. Man sagt, ich esse kein Fleisch und keinen Fleischersatz. Viele machen den Fehler, dass sie dann Fleischersatz suchen, Zuckerersatz. Das finde ich total fausch. Man kann sich an das angewöhnen und ich hoffe, ich bin auf dem besten Weg dazu. Ja, es ist natürlich, unser Geschmack wird irgendwann geprägt. Und gerade das Süß-Thema, wenn man schaut, ich habe vor kurzem mal so eine Stichprobe gemacht in einem der grossen Detailhändler. Man glaubt es nicht, wo überall Zucker drin ist. Selbst in der Pfälzer Leberwurst, das kannte ich von zu Hause, da komme ich her ursprünglich, ist mittlerweile Zucker drin. Also ich kenne das ja von früher, da war keiner drin. Plötzlich ist Zucker drin. Es ist einfach eine Industrienahrungsgeschichte geworden, die uns natürlich nicht gut tut. Immer mehr Menschen kontaktieren mich mit der Problematik, dass sie irgendwelche Unverträglichkeiten bekommen. Und für alle ist die Lösung nicht machbar ohne Wasser. Das ist irre, also auch Heilpraktiker, Naturärzte und andere kommen immer wieder zu mir und reden mit mir über die Thematiken. Und sie sagen, die Basis aller Gesundung ist natürliches, reines Wasser. Und da sind wir ja genau wieder zurück bei der Thematik. Vielleicht tun wir auch den Zuschauern noch mal kurz die Vorteile. Was ist der Vorteil von ionisiertem Wasser im Verhältnis zu normalem Wasser, wenn man von der Verschmutzung absieht? Es gibt drei Elemente, die man hier nennen soll. Einmal ist das der höhere pH-Wert. Wir haben in dem Leitungswasser hier in der Schweiz einen pH-Wert zwischen 7,2 und 7,8, typischerweise. Es gibt ein paar Ausreißer, sowohl nach unten als auch nach oben, aber das meiste bewegt sich in diesem Bereich. Aus einem Wasserionisier kommt schon 9,5 zum Beispiel oder 8,5 oder 9. Je nachdem, welche Stufe der Kunde dort einstellt, das kann man selbst ausführen. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein sogenannter ORP-Wert oder Redox-Wert. Und der ist viel, viel wichtiger als der erste, weil ein Basenpulver kann man auch überall kaufen. Man kann auch Wasser immer mit diesem Basenpulver zubereiten und die Säuren ausgleichen. Aber typischerweise steht auf der Verpackung, vermischen Sie bitte dieses Basenpulver mit Leitungswasser. Aha, da sind wir wieder bei dem gleichen Problem. Also da haben wir nichts gewonnen. Dann ist es noch nicht mal eine halbe Wahrheit. Und der Redox-Wert ist entscheidend. Die Elektrik, die ganz, ein Überschuss an Elektronen bringt dazu, dass diese Vitalität kommt, über die beiden jetzt heute berichtet haben. Und die beiden haben, das ist keine Ausnahme, dass darüber berichten alle unsere Kunden, dass die vitaler sind und dass alles besser funktioniert. Und das Dritte ist, dass bei dem Ionisierungsprozess die Wassermoleküle auseinandergenommen werden, sind sie durch Wasserdruck zu großen Klumpen gezwungen worden. Dann nach dem Wasserionisierer kommen die zu den kleinsten Strukturen und sind dadurch auch zählgängig. Und mit Verbindung mit dem Redox-Wert, mit dem negativen Redox-Wert, werden sie in alle Ecken des Körpers getragen. Das heißt, die Ionisierung, die da stattfindet, über die Systematik des Gerätes, die hat gleichzeitig die Wirkung, dass nicht nur negativ ionisiert im Körper, also der pH-Wert hochgeht, sondern über das Redox-Potenzial haben wir ja wie ein Antioxidantium bei uns dann im Blut. Das ist definitiv der höchste Antioxidant, was überhaupt vorhanden ist. Also heißt, das ionisierte Wasser tut nicht nur, weil es ein reines Wasser ist, mit Ausleiten, sondern es hilft auch noch, die Säure zu puffen und hilft natürlich dabei, durch die hohe Antioxidantien, diese ganzen Radikalen in den Griff zu kriegen. Das ist richtig, da haben die Radikale nicht mehr zu suchen, weil sie überschüttet werden mit dem Überschuss an Elektronen. Aber durch diese Elektrik und durch diese ganz kleinen Clusterstrukturen ist das Wasser prima zellgängig, also wird überall hingetragen. Und wenn man Vitamine oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel mit diesem Wasser trinkt, dann werden sie viel besser in die Zellen getragen, als mit Leitungswasser. Wie sieht es denn beim Kochen aus? Wenn ich jetzt mit ionisiertem Wasser koche, weil man redet ja auch immer von nicht zu viel kochen, nur dünchten, wegen Vitamine und hin und her. Gibt es da gesicherte Erkenntnisse, wie das Essen sich verändert, wenn man mit ionisiertem Wasser kocht? Ich selber koche sehr wenig. Nicht zu viel unterwegs bei Kunden. Gar keine Zeit. Wenn ich zu Hause aber bin, dann mache ich mir gerne einen Salat und ich esse viel Obst. Auf dem Weg zu Kunden geht das natürlich nicht. Und deswegen musste ich auch in der letzten Zeit auch eine Fastenkur anlegen, um die ganzen Ballaststoffe wegzukriegen. Ja. Aber wenn ich zu Hause bin, dann koche ich wenig. Das, was ich gerne aber mache mit dem ionisierten Wasser, wenn ich Obst und Gemüse kaufe, irgendwo im Supermarkt, dann lege ich Wert darauf, dass das Bier ist. Aber wenn ich nach Hause komme, dann lege ich das in eine große Schüssel, gieße die oberste Stufe vom ionisierten Wasser rein und damit werde ich jegliche Giftstoffe, die auf der Oberfläche von Obst und Gemüse sich gesammelt haben, und unsere Bauern tun da auch kräftig was dafür, dass die Gifte dort drauf kommen. Dann kriegt man mit diesem ionisierten Wasser das exzellent raus. Und dann koche ich gerne Tee oder Kaffee mit dem Wasser. Schmeckt total anders, viel angenehmer. Also Kaffee hat nicht mehr die Säure, sondern einen vollen Aroma und Geschmack. Aber diese Bitterstoffe, glaube ich, hat es auch relativ weit eliminiert. Weil die Bitterstoffe werden bei Leitungswasser durch die säurehaltigen Mineralien verstärkt, die dort vorhanden sind. Und bei uns sind sie nicht mehr vorhanden. Deswegen werden nur die positiven Mineralien dort aktiv und dadurch schmeckt das milder. Also angenehmer. Also Tee wesentlich geschmackvoller, Kaffee wesentlich milder, Essen runter in der Zubereitung. Suppe kann man auch machen. Wollte ich gerade sagen, Suppe müsste ja extrem sein, gerade bei Gemüsesuppen, liebe Zuschauer, Sie wissen meine allabendliche Ernährung. Und natürlich mache ich das auch mit aufbereitetem Wasser, denn kein Wasser, was in meinen Körper kommt, ist entweder einfach aus einer Flasche oder einfach aus der Leitung. Mit Ausnahme, ich bin natürlich irgendwo unterwegs und habe keinen Zugriff auf selbst hergestelltes Wasser. Und wenn es dann mal ein paar Tage geht, man kann ja nicht 50 Liter Wasser mit sich schleppen, das ist ja wie in der Wüste. Und dann nehme ich dann schon einmal auch eine Flasche. Aber auch das nicht einfach so, denn was ich auch immer vorbei habe, ist ein Flaschenverwirbler. Also das Mindeste, was ich mit jedem Flaschenwasser mache, ist es für mich zu verwirbeln, dass es zumindestens von der Informationsstruktur ein bisschen verändert ist. Aber natürlich kann ich damit keine Inhaltsstoffe herausholen. Das Wirbeln funktioniert nur über die Informationsebene, natürlich nicht über die Materie. So, und dann geht es natürlich in den nächsten Schritt hinein. Wenn ich schon gutes Wasser haben will, dann muss ich ein paar Voraussetzungen kennen. Das eine ist mal, was ist denn mit dem restlichen Wasser, mit der Dusche und so weiter. Das geht natürlich nicht, der Ionisierer hängt natürlich bei Ihnen in der Küche am Leitungswasser. Aber wir haben ja auch den Jan kennengelernt, als wie gesagt, findigen Ingenieur. Gibt es auch eine Lösung, weil das hat mich auch eine Kundin angeschrieben. Sie ist jetzt so begeistert vom Ionisierer in der Küche. Und jetzt ist ihr Problem noch die Haare. Wenn sie duscht und die Haare wäscht und sie hat sehr kalkhaltiges Wasser, dann hat sie immer so störrige Haare, sagt sie. Ob es nicht auch da eine Lösung gäbe, irgendwas an die Dusche zu machen. Wäre es schon denkbar. Da komme ich gleich dazu. Aber vielleicht noch ein Hinweis, besonders für die Damen. Es ist gut zu wissen, dass basische Stoffe sind für den inneren Gebrauch sehr gut. Aber alles, was auf die Haut kommt, sollte sauer sein. Bei einem gesunden Menschen. Ist der Mensch übersäuert, dann braucht er dringend einen basischen Bad, um dem Körper zu helfen, diese Säure zu entnehmen. Ist da ein Gleichgewicht, was nach einiger Zeit Trinken von basischem Wasser der Fall wird, dann ist wiederum saures Bad besser, weil sonst zerstören wir die Schutzschicht auf der Haut. Und dann ist das nicht so gut. Mein Baden, da könnten wir jetzt noch mal drei Stunden drüber eine Sendung machen. Das ist ja unglaublich umfangreich. Und da geht es ja auch wieder. Zum Beispiel, das schreiben mir auch immer wieder Leute, dass sie das ionisierte Wasser in die Badewanne füllen und dann nur mit warmem Wasser ergänzen. Ja, das mache ich auch. Ja. Die Tricks haben es aber ausgekriegt. Und sie reden immer dafür, dass sie eine unheimlich weiche Haut bekommen. Richtig, ja. Und dann schreibt mir ein älterer Mann, er macht das Gleiche und er tut noch eine Handvoll Himalaya-Salz mit ins Wasser. Ja, das mache ich auch. Also jetzt haben wir eben langsam alle Geheimnisse rausgekitzelt. Ich glaube nicht, dass das alle sind, aber ein Teil. Also auch da merkt man natürlich, dass das basische Baden auch das Wohlbefinden des Körpers unterstützt. Und genau da müssen wir ja hin, dass wir sowohl von innen als auch von außen das Möglichste tun, um unseren Körper einfach in Schuss zu halten. Also zu der Dame zurückzukommen, die gerne auch duschen möchte, dann wäre es schon durchaus möglich, ein kleineres Gerät im Bad zu installieren und die Dusche mit dem Wasser zu versorgen. Wäre durchaus denkbar. Ah, ist auch möglich. Das ist natürlich nicht kostenverbunden. Ja gut, ich meine, ich habe vor Jahren mir eine Wirbeldusche gekauft. Leider der Hersteller gibt es nicht mehr, weiß ich wahrscheinlich, weil die war so teuer, dass sie sich bestimmt nicht viele Menschen leisten können. Und da waren dann schon vier Zahlen auf der Überweisung gestanden. Also richtig im oberen Bereich, wobei ich sie nicht mehr missen möchte, weil genau da ist es. Das Wasser hat sieben Wirbelkammern, ist aus Keramik die ganze Dusche. Und da wird das Wasser so rausverwirbeln. Und das ist irre, wie sich das Wasser schon auf dem Körper anfühlt. Ich sage immer, wenn ich ziemlich gestresst bin, was mache ich? Ich gehe duschen. Aber nicht, weil ich schmutzig bin, nein, wegen dem hochverwirbelten, energetisierten Wasser. Und das merke ich, das schiebt mich hoch. Und da kann man so durch seine ganze Wohnung diese Dinge durchziehen. Und am Schluss enden wir natürlich wieder dort, wo es am allerwichtigsten ist, bei unserem Körper. Und da sind wir wieder beim ionisierten Wasser. Du hattest vorher gesagt, die Leute können sich informieren. Auch da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte es noch einmal zeigen. Damals hatte der Jan schon gesagt, während der Sendung, dass alle per E-Mail, die wo keine E-Mail haben, deswegen blenden wir die Telefonnummer ein, diese Broschüre sich anfordern können, um sich erstmal zu belesen, warum und wieso überhaupt ionisiertes Wasser. und machen Sie davon regen Gebrauch, weil die ist so informativ zusammengefasst. Und bevor Sie fünf große Bücher lesen, kaufen Sie sich oder holen Sie sich diese Broschüre, denn dort haben Sie alle die Informationen drin, die Sie wirklich brauchen, um sich entscheiden zu können. Kostenlos. Kostenlos? Die Broschüre ist kostenlos. Die Broschüre ist kostenlos, liebe Zuschauer. Das heißt, Sie brauchen sie nur telefonisch oder per E-Mail anzufordern. Und wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich auch nicht, den Jan anzurufen, weil er, wie gesagt, ist einer der Spezialisten, was das Thema ionisiertes Wasser betrifft. Er kann Ihnen mit Rat und Tag, was Einbau betrifft, was die Anwendung betrifft, wie Sie es machen können, zur Seite stehen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Rudi. Rudi, dann war dir aber anscheinend so die Ergebnisse nicht ganz genug. Du bist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hast dir sogar da ein Spezialgerät gekauft. Ja, ich bin neugierig und ich wollte wissen, wie das wirkt und habe mir deswegen ein Dunkelfeld-Mikroskop gekauft und habe da auch verschiedene Kurse genommen und viele Bücher darüber gelesen und dann habe ich angefangen, bei mir selber zu experimentieren, was da passiert, wenn ich etwas esse oder sogar bestimmte Sachen trinken und wie ich das dann korrigieren kann mit dem ionisierenden Wasser und solche Sachen habe ich da aufgezeichnet. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt es gehört, wir haben da eine spezielle Geschichte und zwar hat er das, was in seinem Körper passiert ist, über das Dunkelfeld-Mikroskop, die meine Sendung schauen, kennen das Thema, von der Sabine Linek, über das Dunkelfeld-Mikroskop hat er sich und andere einfach analysiert, das heißt, Blutstropfen entnommen vor einer Zeit oder nach einer Zeit und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir Ihnen gleich nach der folgenden Werbung, weil dann haben wir alle Bilder da und blenden die einmal ein. Timetodoshop.ch Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, wir sind wieder zurück bei timetodoshop.ch. Heute bei mir zu Gast Jan Telebski, der Mann, der dem Wasserionisierer Qualität eingehaucht hat und zwei weitere Studiogäste, der Josef und der Rudi, die seit drei Wochen beziehungsweise sechs Monaten so ein Gerät haben und uns mal berichten, was sie damit erlebt haben. Kommen wir zurück zu dir, Rudi. Also, das Wasser war dir nicht genug. Wir haben eben gehört, du hast dir dann sogar ein Dunkelfeld-Mikroskop gekauft und hast damit dann mal ein bisschen rumprobiert. Und natürlich ist es schön, dass du uns heute auf deinem Stick ein paar Aufnahmen mitgebracht hast, wo man was sehen kann. Jetzt tun wir gerade mal eine, einblenden und du erzählst uns, was man da sieht. So, liebe Zuschauer, jetzt sehen Sie das Chaos hier auf dem Bildschirm. Was ist das? Von wem ist es? Also, das ist von Jan. Jan hat normalerweise ein wunderschönes Blutbild. Und als ich das gesehen habe, habe ich ihm gesagt, ja, was hast du gemacht? Und er hat gesagt, ja, gestern Abend, da habe ich gesündigt. Und das ist jetzt das Resultat. Und noch kurz, wie das gemacht wird. Man nimmt ein kleiner Blutstropfen. Das ist wie ein, ganz, ganz wenig. Das kommt zwischen zwei Blättchen und dann kommt das unter das Dunkelfeld-Mikroskop und dann sieht man diese Strukturen. Also, das heisst, wir haben gesehen, wie das Blutbild aussieht und dann hat Jan einen halben Liter ionisiertes Wasser genommen. Also, so war es, als er zu dir kam. Dann hat er eineinhalb Liter ionisiertes Wasser. Über welchen Zeitraum? Also, das war dann eineinhalb Stunden. Ja, ungefähr. Ja, fünf Deziliter ionisiertes Wasser. Und dann habe ich wieder Blut genommen. Das ist ein zweiter Blutstropfen, den wir dann angeschaut haben. Und dann sieht das Blut schon etwas anders aus. Dann schauen wir uns das an. Ja, dann sieht das Blut so aus. So sieht es aus? Ja, das heisst, die einzelnen Blutzellen, also die roten Blutkörbchen. So war es vorher? Ja. Das ist das ganz verklebte, liebe Zuschauer. Und da sieht man, wie die einzelnen roten Blutkörper verpacken sind und die können auch viel schlechter fliessen im Blut. Ja, hier ist alles zusammengeklebt und in sich verhakt. Und hier sind sie schön frei. Genau. Und wenn man das Blut ansieht, dann sieht man, wie sich diese roten Blutkörperchen schön bewegen. Und das ist auch richtig so. So können sie auch ihre Arbeit richtig verrichten. Genau. Das heisst, Sauerstoff aufnehmen und zu den Zellen transportieren und alles Material, was nicht gebraucht wird, zurücknehmen. 1.000 nehmen. Jawohl. Also das heisst, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, so soll der Blut letztendlich aussehen. Der Rudi hat uns auch noch ein paar weitere Aufnahmen mitgebracht. Schauen wir uns mal eine andere an und zwar die hier. Halt, ich glaube, das ist das Falsche. Muss ich gucken. Das ist das Erste. Was heisst das? Wie der Ordner heisst. Moment, da schauen wir. Das ist der zweite Ordner. Da steht drauf, was steht da drauf? Kann ich gerne lesen. Musst du mal schauen. Schau mal, Jan. Kuhne-Reibad. Okay, das ist etwas ganz Spezielles. Das hat eigentlich direkt mit dem ionisierten Wasser nichts zu tun. Das ist Kuhne-Bad. Das ist ein altes Verfahren mit Wasser, das man nicht innerlich anwendet, sondern äusserlich. Man wendet das an den Genitalien an. Das heisst, Kuhne hat das herausgefunden, dass diese Therapie sehr, sehr heilend ist. Okay. und das war im 19. Jahrhundert und er war industriell. Das ist mit kaltem Wasser, glaube ich. Mit sehr kaltem Wasser, ja. Ja, 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 habe ich schon gelesen. Jetzt sagt mir auch was. Und er hat sehr, sehr grosse Erfolge gehabt. Und mich hat das interessiert, wie das, ob das eine, ob ich eine Wirkung sehe im Blut. Und habe dann auch wieder Blut genommen an mir und das ins Dunkelfeld-Mikroskop getan. Wir haben da einmal die Aufnahme. Dann haben wir diese Aufnahme. Ja, das ist das ist das vorher. Also das jetzt mit dem Und dann haben wir die Aufnahme. Ja, das ist mit dem Kuhne. Also das ist vorher, bevor ich das Kuhnebad gemacht habe. Also das ist ein völlig normales Blutbild. Das ist gut so. Optimal. Und dann das ist dann nach dem Kuhnebad. Also das ist keine innerliche Anwendung. Nur eine äusserliche Anwendung mit kaltem Wasser. Zehn Minuten. Und dann sieht das Blut so aus. Aber eigentlich sieht es ja erschreckend aus. Ja, aber das zeigt, dass das eine Wirkung hat. Auf jeden Fall. Das ist die Wirkung. Auf jeden Fall. Und dann Und das dritte Bild? Das ist dann nach drei Stunden, zwei Stunden hat sich das wieder normalisiert. Und es sieht jetzt nach den drei Stunden fast schöner aus wie vorher. Also muss es irgendeine Veränderung, auch wenn das Blut zwischendurch leicht chaotisch aussieht, scheint es aber doch eine bleibende. Und wie gesagt, wenn ich das schaue, die sind alle schön rund, die schwimmen alle, also das ist ein wunderbares Blut. Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Dann schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Das ist jetzt das dritte. Ich glaube, hier ging es um das Thema AIA, der Moment, schaust du? Das ist Training von deinem Sohn? Ja. Halt, das andere zuerst. So, was sehen wir hier? Das ist nach dem Training von einem sehr sportlichen Mann, jungen Mann. und da sieht man noch den Stress im Blut. Er kam direkt aus dem Fitnessstudio mit Gewichten und was da alles dazugehört. Er hat sich also richtig herangenommen. Natürlich wahrscheinlich zu wenig getrunken auch. Er hat schon getrunken, aber doch, die Belastung auf dem Körper ist natürlich stark. Das ist immens, klar. Ist stark. Und dann sah es unmittelbar nach dem Training so das Blut aus. Ja, und dann hat er einen Liter ionisiertes Wasser getrunken. Und das ist das, was mich jetzt so erstaunt hat, wo ich das gesehen habe. Ein Liter ionisiertes Wasser und man schaue sich das Blut an, das ist ein Traumblutbild. Wenn das einer sieht, der das sich auskennt, der sagt, alles in Ordnung. Das ist die Hauptwirkung von ionisiertem Wasser, dass das Blut flüssiger gemacht wird. Das Wasser kann überall hingetragen werden. Das ist die Basis dazu. Ich möchte hier noch etwas sagen, weil es gibt natürlich Kritiker, die sagen können, es kommt darauf an, wo man das Blut anschaut. Es ist so, dass, wenn man so einen Blutstropfen hat unter dem Mikroskop, das weisst von Sabine Linnek, die weiss genau, da ist dieser und jener Körperteil, das ist wie ein Hologramm. Man kann natürlich über diesen Hologramm verschiedene Bereiche sehen, also Qualitäten vom Blut. Aber wenn ich das anschaue, dann gehe ich über das Ganze und mache mir ein Bild davon und nehme dann ein repräsentatives Bild. Das heisst, ich nehme nicht das Schlechteste oder Beste, sondern ich sehe jetzt in diesem Fall, es ist alles mehr oder weniger ist verpappt. Also schaue ich dann, wo es dann nicht mehr verpappt ist und dann kann man den Unterschied zeigen. Weil je nachdem, das weisst du, du hast es ja selber gesehen bei Sabine Linnek, je nachdem, wo du irgendwelche Probleme hast im Körper, sieht das Bild anders aus. Exakt, ja. Also das möchte ich dazu sagen, damit man das nicht falsch versteht. Es ist nicht gezielt, sondern ich mache das so repräsentativ wie möglich. Aber dennoch hat sich eben diese Verbesserung gezeigt. Ja, das ist ganz klar. Weil vorher gab es diese schönen Inseln mit diesem klaren schönen Bild gab es nicht. Und nach dem ionisierten Wasser, nach diesem Liter Aufnahme war dann das Bild auf diese Art. Man hat es ja auch bei dir gesehen. Wie gesagt, wenn du am Abend das für sich womöglich gut gegessen und auch mal ein Glas Wein. wollen, wenn jemand das schaffen möchte, da kann ich die Rezepte liefern. Oder auch Süßgetränke. Wir haben ja vorhin gehört mit dem Thema Zucker. Das haut richtig rein. Wir haben da jetzt auch noch was. Und zwar da hast du jetzt glaube ich einen Selbstversuch gemacht. Das ist vielleicht das falsche. Ich muss mal gucken, wo es anfängt. Das war glaube ich das Erste. Das ist dann das Zweite. Ja. So, hier haben wir ein Blutbild. Ja, das war kurz nachdem als ich erwacht bin am Morgen habe ich da Blut genommen. Und das ist ein schönes Bild. Ja, das hängt sich ein bisschen zusammen, aber ist richtig gut. Und dann sah das plötzlich so aus. Sah das plötzlich so aus, ja. Und das ist deswegen gekommen, weil ich habe in einer halben Stunde habe ich anderthalb Liter schwarzes Süßgetränk genommen. Dieses schwarze Süßgetränk kennen alle, ist in aller Munde, gibt es an jeder Ecke und danach sieht das Blut so aus. Wie lange danach, nachdem du es getrunken hast? Also das war eine Stunde danach und ich habe dann noch eine Stunde später Blut genommen. Das sieht noch ein bisschen schlechter aus. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt korrigiere ich das Ganze wieder, dann habe ich vier Liter ionisiertes Wasser getrunken. Das war natürlich in etwa vier oder fünf Stunden habe ich vier Liter Wasser getrunken. Und dann schauen wir uns mal das Blutbild jetzt danach an. Dann sah es wieder so aus. Ja, es ist wie zurückgedreht, obwohl natürlich muss der Körper den ganzen Zuckern alles verarbeiten. Aber das ionisierte Wasser macht halt da viel viel Wir haben ja vorhin gehört auch Redox drin, also freie Radikale können gebunden werden und durch die Zucker S reißen ja unglaublich viel in unserem Körper. Und da gibt es natürlich richtig Alarm dann. Aber in dem Zucker Wasser ist der Zucker nicht das Schlimmste dabei. Das ist natürlich nicht zu empfehlen, aber die Phosphorsäure, die da drin ist. Du redest von dieser schwarzen süßen Limonade. Darüber rede ich gerade. Die Phosphorsäure, das ist der Killer. Und die meisten jungen Menschen haben keine Ahnung, was die sich antun, wenn sie so eine Flasche runterschlucken. Und ich kann noch etwas sagen. Ich habe ein etwas Hautprobleme und ich habe nach diesen anderthalb Litern von diesem Süßgetränk habe ich das wieder gespürt. Also es hat das richtig generiert. Und das hat mich vor allem an den Händen gewissen. Und als es sich wieder korrigiert hat in diesem dritten Zustand war das wieder einigermassen zurück, aber doch nicht ganz zurück. Ich habe dann einige Tage gebraucht, bis es wieder einigermassen normal war. Jetzt seid ihr auch schon ein paar Tage alt, wenn ich euch so anschaue. Und wie spürst du eine Veränderung im Fitnesszustand deines Körpers, seit du mit diesem ionisierten Wasser agierst? Wie warst du diese Dynamik, die Energie? Man ist ja irgendwann, wenn man natürlich älter wird, es geht ab, fährt und jetzt macht man eine Veränderung. Wie würdest du das beschreiben? Also für mich ist das sehr positiv. Ich bemerke das auch beim Atmen und wie gesagt auch in der Ernährung, also mit der Verdauung. Das ist überall das Positive. Also du hast eine ganzheitliche Erhöhung der Lebensqualität, kann man es so formulieren? Würde ich so sagen, ja. Weil das Wasser ist wirklich fundamental, das ist absolut fundamental. Ich gehe noch mal zu dir, Josef, auch bei dir, wenn du Ernährung umstellst, klar das eine, aber du hast ja früher schon viel Wasser getrunken, jetzt im Vergleich mit dem ionisierten Wasser. Wie würdest du es beschreiben? Ist es eine ganzheitliche Verbesserung, energetisch, fühlst du dich fitter, fühlst du dich leistungsfähiger? Sehr. Also bei mir zeigt sich das vor allem am Abend. Ich bin früher immer um sechs, sieben komplett müde gewesen und heute muss ich schauen, dass ich vor elf noch ins Bett komme. Wow, das ist aber eine große Steigerung. Das ist eine sehr große Steigerung. Ich spüre rundum ein unglaubliches Paket von Energie, wenn ich das noch am Rande anfügen darf. Hält dich die Frau noch aus jetzt? Das wollte ich ansprechen. Sogar die Sexualität, wenn ich das so sagen darf, die ist am Steigen. Hat sich mehr aktiviert? Ja, Auch das habe ich jetzt mehrmals gehört und habe ich auch von Leuten geschrieben bekommen, die gesagt haben, seit ich das Wasser trinkt, bin ich wieder aktiver, auch im sexuellen Bereich. Merkst du das auch? Ich bin seit zwei Jahren bin ich wirklich. Okay, da wollen wir näher drüber eingehen. Gut, ist da natürlich eine andere Lebenssituation, wo man da natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Aber interessant ist, dass Menschen, die ionisiertes Wasser wieder trinken, dass es natürlich dahin geht, dass man leistungsfähiger und fitter wird. Und nochmal für die Zuschauer, die jetzt auch zum ersten Mal die Sendung heute Abend sehen, wenn sie sich entscheiden, so etwas zu machen. Erster Schritt ist, mit dir Kontakt aufnehmen, dass man einen Vor-Ort-Termin macht, weil das ist immer das Wichtigste, wegen Art und Weise und Einbau und welches Gerät und so weiter. Ja, weil woher soll der Kunde wissen, was ist die beste Möglichkeit? Diese Erfahrung haben die Kunden nicht. Deswegen, wenn Konkurrenz zum Beispiel irgendein Gerät ganz einfach hinschickt, da packt der Kunde das alles aus und weiß gar nicht, was er damit machen soll. Und ob er überhaupt das Richtige bestellt hat, ist die andere Frage. Also ich gesagt mit seiner bekannten Frau und sie hat ihn gefragt, hast du dir das vorführen lassen überhaupt? Hast du ihn gefragt, was ist das Beste? Nö, das habe ich nicht gemacht. Dann macht man das endlich. Und dann haben wir die Präsentation gemacht und letztendlich hat er ein anderes Gerät bekommen. Und das war die richtige Lösung für ihn. Also da auch immer, wir haben das Gerät natürlich bei uns im Shop, aber darum geht es nicht. Der Shop ist nur ein Überblick, dass Sie alle Produkte unserer Gäste sehen können. Aber es würde keinen Sinn machen, einen Wasserionisierer einfach so zu bestellen. Deswegen ist im Shop auch die Verlinkung drin zur Webseite und die blenden wir jetzt gerade einmal ein, dass alle die, die über Internet verfügen, sich auf dieser Webseite informieren können und zwar unter www. www.elisonwasser.ch Wenn die Regie die mal einblendet. Hallo? Ne, ist nicht eingeblendet. Oder ich habe hier das Fernsehbild nicht auf dem Monitor. Das kann natürlich auch sein, dann sehe ich es nicht, weil sie ist jetzt bei mir nicht auf dem Monitor, die Einblendung. Okay. Also, Sie sehen es, das ist die entsprechende Webseite und dort können Sie sich schon vorab informieren, aber am besten ist es, Sie nehmen direkt Kontakt auf und dann kommt entweder der Jan oder einer seiner Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause und schauen sich das natürlich dann genau an und können Sie dann auch entsprechend beraten. Jetzt haben wir noch die Thematik Kinder. Ist auch etwas, wo ich immer wahnsinnig oft gefragt werde. Kindernahrung, ganz wichtiges Thema und vor allen Dingen Kindergetränk. Und jetzt weiß man ja heute schon, früher hat man den Kindern immer Tees gegeben, sind die Zähne weggefault, weil Zucker drin ist. Heute sind die Mütter natürlich da auch schlauer geworden, geben den Kindern Wasser. Jetzt fragen sie mich immer, was ich empfehlen würde. Sie holen nur das gute Evianwasser aus dem Supermarkt oder eines einer anderen Marke und ob das das Richtige wäre. Und ich habe dann gesagt, ich denke, dass die Trinkwasserverordnung eine schärfer kontrollierte Bestimmung ist als die Mineralwasserverordnung. Also würde ich dann schon mal eher auf Trinkwasser ausweichen. Und da ich weiß, dass das Trinkwasser belastet ist, würde ich eher empfehlen, aufbereitetes Trinkwasser zu verwenden. Hast du da Erfahrungen mit der Zubereitung gerade von Kindernahrung? Ein paar Erfahrungen konnte ich sammeln und es ist allgemein bekannt, dass die Kinder gerne Süßigkeiten essen. Und es gibt eigentlich nichts Besseres als einem Kind einen Mix aus Erdbeeren und ionisierten Wasser zu zubereiten. Die lieben so einen Mix. Ich glaube, da ist auch noch das Geschmackserlebnis ein bisschen anders. Ja, definitiv. Und noch dazu, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, alle Sachen, die mit ionisierten Wasser angenommen werden, die werden viel besser in dem Körper transportiert als mit normalem Wasser. Erstmal durch den pH-Wert, es ist dem Körper eh angepasst. Durch die Elektrik, durch den Redox-Wert ist das exzellent und kleine Cluster-Strukturen sind zählgängig, wird prima verteilt. Jetzt haben wir alle Bereiche durch, wir haben die Ernährung, wir haben das Wasser zum Trinken, wir haben über die Veränderung im Blut gesprochen, wir haben gehört, dass entsprechend Gewichtsverlust da ist, wir wissen, dass es alle möglichen Einbau- Voraussetzungen gibt, die du beschaffen kannst, um die Geräte ordentlich als Untereinbau oder, wenn es sein muss, auch irgendwo obendrauf zu installieren. Wir wissen, dass es ein gutes Wasser ist, für die Basis von Kindernahrung zuzubereiten und natürlich gerade, wenn man in Urlaub fährt, jetzt kommt natürlich das Zauberwort, jetzt fahre ich in Urlaub und kann natürlich nicht den Ionisierer mitnehmen. Gäbe es eine Urlaubslösung, die du Leuten empfehlen kannst, wenn sie wegfahren, man kann ja vielleicht fürs Kind mal zehn Liter Wasser mitnehmen, aber das sollte man natürlich auch nicht ewig rumstehen lassen, wobei ionisiertes Wasser wesentlich länger frisch bleibt als normales Harnwasser, das habe ich auch gelesen. Zehn Tage übrigens kann man ionisiertes Wasser in einem geschützten Behältnis, das heißt entweder braun oder blauglas oder entsprechender Behälter, also nicht lichtdurchlässig und da hält er sich bis zu zehn Tagen frisch, das wusste ich auch nicht. Diese Messungen oder Erfahrungen haben wir nicht direkt selber gemacht, aber ich freue mich, das zu hören. Im Kühlschrank kann man schon mehrere Tage dieses Wasser aufbewahren, das ist gar kein Problem. Lösung für den Urlaub, da habe ich schon ein paar Lösungen, aber dann würde ich die Zuschauer bitten, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen, weil da gibt es unheimlich unterschiedliche Vorstellungen, was für ein Urlaub gut ist, weil es gibt eine andere Lösung, wenn jemand mit einem Wohnwagen irgendwo hinfährt, es gibt eine andere Lösung, wenn man vielleicht irgendwo hinfliegt, aber landet in einem Wochenendhäuschen und hat man dort ganz andere Möglichkeiten und noch was anderes ist, wenn man in einem Hotelzimmer landet. Absolut. Und für diese alle unterschiedliche Anwendungen haben wir schon ein paar Lösungen und am besten wäre, wenn die Kunden ganz einfach uns kontaktieren. Sich direkt mit dir in Verbindung setzen. Was noch immer wieder rüberkam bei den Kommentaren der Zuschauer, ist, dass alle sagen, auch eine Dame schrieb mir, ihre Großeltern wohnen mit ihr zusammen im Haus und Vater, Großvater über 90, Großmutter 87 und die haben unheimlich Probleme mit dem Trinken. Und was hat sie mir gesagt? Seit sie den Wasserionisierer hat, trinken die Großeltern wieder, weil das Wasser so weich ist. Und wenn man das Mineralwasser mal trinkt, das ist ja richtig hart, das muss ich ja mit Würfel schlucken. Und da haben ältere Leute große Probleme und die sind sehr begeistert von diesem weichen, ionisierten Wasser. Und dann möchte ich noch etwas anfügen, was allgemein immer noch wenig bekannt ist. Auch unsere klassischen Alterskrankheiten, die heute in aller Munde sind, wie Demenz und Alzheimer, machen da natürlich ein Übriges. Je mehr Wasser vorhanden ist, desto weniger ist natürlich die Gefahr in einem Körper, dass er, ich sag mal, ganz nach dem Volksmund verkalkt. Ist klar, wo Wasser ist, ist Durchfluss, da wird weggespült. Aber mein Kollege, der auch Mediziner ist und der auch bei uns schon in der Sendung war, der sagt immer zu mir, schau, wenn nicht genügend Wasser im Körper ist und wenn man dehydriert, und jetzt haben wir ja eben über die Qualität des Wassers, glaube ich, ausreichend gesprochen, und wenn man dann älter ist und zu wenig Wasser trinkt und noch ein Haufen Schadstoffe im Körper sind, dann geht die Pyramide, sagt er, so schnell nach oben, dass dann solche Gehirnausfallerkrankungen, er nennt das so, fast bevorteilt werden. Das heißt, sie sorgen noch dafür, mit Nichttrinken und mit der Dehydration, dass solche Krankheiten schneller voranschreiten können. Und, sagt er, wenn man im Alter also nur meint, das Gläschen Wein und das Tässchen Tee wäre ausreichend an Flüssigkeit, dann ist die Gefahr groß, dass das irgendwann in die Richtung geht. Muss nicht, aber er sagt, er sieht darin eine große Bevorteilung, wenn man nicht trinkt, dass dann solche Krankheiten schneller zum Ausbruch kommen können. Also gerade den alten Menschen immer wieder gucken, dass die ausreichend trinken, denn wie gesagt, es ist nicht schön, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wer man ist oder seine Lieben nicht mehr erkennt. Und da kann Wasser viel dazu beitragen, dass das einfach nicht eintritt. Wie sieht es eigentlich aus mit Krankenhäusern, Altenheimen, Kinderheimen, die müssen doch alles so ein Apparat haben. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, aber ich glaube, die Sache liegt im Kopf. Ich kenne eine Person, die ist ziemlich übergewichtig und nimmt pro Tag mehr als zwei Dutzend Tabletten. Also ein schrecklicher Zustand, hat kein Gefühl in den Füßen mehr. Das wäre ein exzellenter Anwendungsfall für ein ionisiertes Wasser. Nur diese Person ist voll davon überzeugt, dass sie gesund ist, weil der Arzt das so gesagt hat. Und obwohl alle Anzeichen sprechen dagegen und sie nimmt tatsächlich so zwei Dutzend Tabletten pro Tag, geht sie davon aus, dass sie gesund ist. Also in dem Fall kann man natürlich nichts machen. Nein, nein. Wenn natürlich da diese alten Bilder und alten Überzeugungen in den Köpfen der Menschen so drin sind, dann nützt der beste Ratschlag nichts. Denn, wie gesagt, gegen den weißen Kittel hast du keine Chance. Also auch mit dem ionisierten Wasser, das hat mit Bewusstsein zu tun, mit Gesundheitsbewusstsein. Erst mal dann, wenn dieses Bewusstsein geweckt ist, wenn man tatsächlich eine Lösung haben möchte, dann wird man diese Lösung auch finden. Wenn ich so zum Schluss der Sendung euch beide noch mal fragen darf, was würdet ihr den Zuschauer sagen zum Thema Wasserionisierung? Uli? Also, lieber jetzt als später. Und das ist eine gute Investition, weil das macht man für sich selbst. Und die Gesundheit ist das höchste Gut, das man hat. Also sollte man auch dazu schauen. Und es ist viel besser, präventiv zu reagieren, als dann, wenn die Scheiden da sind. Dann ist das viel schwieriger. Genau. Wunderbar. Ich denke, genauso wichtig ist, sich zu informieren. Aber man darf kritisch sein. Wasser zu trinken ist nie falsch. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, so ein tolles Wasser zu trinken, warum mache ich diese Investition nicht? Wenn ich das umrechne auf ein Jahr, wie günstig ich so ein tolles Wasser bekomme, dann kann ich mir nicht einmal einen Kaffee leisten. Das ist auch noch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, Uli? Es gab einen US-iranischen Arzt, Bagmanjeli, und der hat gesagt, wenn man 30 Gramm Wasser, oder ionisiert Wasser jetzt in diesem Fall, pro lebend Kilo Gewicht nimmt, also wenn jetzt ein Mensch 70 Kilo ist, 2,1 Liter pro Tag, dann könnte man die Krankheitskosten massiv reduzieren. Er hat gesprochen von 50 bis 60%. Das ist auch bekannt. Liebe Zuschauer, unsere Sendezeit rast dem Ende entgegen. Das war noch ein ganz guter Satz, den der Rudi eben gesagt hat. 50% könnten wir wenig kranker haben, wenn wir Wasser trinken würden. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und so toll Auskunft gegeben haben. Sie, liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und eine tolle Nacht. Gut. Ich gebe Ihnen, inden.